Methoden der Informatik, die auf bereits bestehenden Daten basieren, werden im Rechtsjargon auch gerne als Ex-Post-Methoden bezeichnet. Aber sind diese Methoden überhaupt im Recht einsetzbar? Die Datenschutzgrundverordnung verbietet eine automatisierte Einzelfallentscheidung. Jedoch wird diese Regelung sofort aufgehoben, wenn ein Nutzer oder eine Nutzerin ihre Zustimmung erteilt. Ist unter diesen Umständen eine Regelung durch die DSGVO überhaupt noch sinnvoll? In diesem Video beschäftigen wir uns mit zwei konkreten Effekten dieser digitalen Trends, der Datenschutzgrundverordnung selbst und dem AMS-Algorithmus. Professor Forgo analysiert das Vorgehen der Politik, Probleme, die rund um den Datenschutz entstehen, durch die DSGVO regeln zu wollen. Anhand des AMS-Algorithmus wirft er die Frage auf, ob Methoden der Informatik dem Recht eine Stütze geben können. Sie mögen ja erfahren haben, dass es im letzten Jahr fast exakt zu meinem 50. Geburtstag im Datenschutzrecht eine dramatische Änderung gegeben hat, nämlich seit dem 25. Mai 2018 eine Datenschutzgrundverordnung. Das ist eines jener großen Instrumente, mit denen die Europäische Kommission, die Europäische Union und die nationalen Gesetzgeber uns versprochen haben, die Verwirrungen, die Probleme, die man gemeinhin mit dem Stichwort Daten- oder Überwachungskapitalismus zusammenfassen kann, diese Verwirrungen und diese Probleme rechtlich einzuhegen und idealerweise auch zu beseitigen. Nun hat diese Datenschutzgrundverordnung freilich eine ganz erstaunliche Karriere gemacht. Von ihrer Präsentation im Jahr 2012, im Jänner 2012, als die damalige Justizkommissarin und Vizepräsidentin der Kommission angetreten war, um dieses Stück anzukündigen. Bis zu ihrem Anwendung finden ihn den europäischen Mitgliedstaaten im Mai 2018. In diesen Jahren hat nun also dieses Stück Gesetzgebung von seinem großen verheißungsvollen, wir werden europäische Werte in die Welt hinausbringen, weg, eine Karriere gemacht, die zum Umwort des Jahres geführt hat. Das Wort Datenschutzgrundverordnung war nach einer Jury zum österreichischen Deutsch im Jahr 2018 das schlimmste neu kreierte Wort und begründet wurde das nach der Meinung dieser Jury damit, dass die überaus komplizierte und mit hohem bürokratischen Aufwand verbundene Umsetzung der DSGVO in Kombination mit der Tatsache, dass die, die eigentlich getroffen werden sollten, also die Googles, Facebooks und YouTubes dieser Welt, dadurch nicht getroffen werden. Diese Tatsache also in Kombination mit der Komplexität, die Sache zu einer Perversion des gut gemeinten Vorhabens und den Begriff damit zu einem Umwort gemacht hätten. Die Datenschutzgrundverordnung paradigmatisch und sehr oberflächlich hier herangezogen als ein Symptom unter vielen, das ich anführen könnte für diesen Versuch der Rechtswissenschaften oder des rechtlichen Feldes vor den Rechtswissenschaften auf diese Verschiebungen, die ich mit dem Stichwort Bochum zusammenfassen möchte, zu reagieren. Diese Geschichte der Hilflosigkeit, des Umgangs mit dem Verschwinden von Bochum kann man freilich auch ernsthafter erzählen. Man kann sie zum Beispiel so erzählen, dass man verweist auf Artikel, wie sie im letzten Jahr im Standard erschienen sind und auch an anderen Stellen, wo darauf verwiesen wird, dass das österreichische Arbeitsmarktservice dazu übergehen würde, automatisiert Menschen, die Arbeit suchen, in Kategorien einzuteilen, mit denen die Wahrscheinlichkeit bemessen wird, dass diese Menschen in den Arbeitsmarkt zurückkehren können und dann die Ressourcen, die auf diese Menschen verwendet werden, um die Rückkehr in den Arbeitsplatz zu unterstützen, entsprechend aufzuteilen. Da entstehen ein paar ganz interessante, fundamentale Fragen, die Ihnen wahrscheinlich in anderen Facetten dieser Vorlesung auch präsentiert werden. Eine davon ist natürlich die, was denn in den Algorithmus einfließt, der derartige Vermittlungschancen bewertet. Im konkreten Fall mag es etwa so gewesen sein, dass die Tatsache, dass jemand weiblich und im gebärfähigen Alter ist, einen negativen Einfluss auf den Score hat, der hier entsteht, weil es, so würden wir das mal hier unterstellen, auch eine empirische Wahrscheinlichkeit gibt, dass jemand, der weiblich und im gebärfähigen Alter ist, schlechter einen Job findet, als jemand für die oder den, das nicht zutrifft. Nun stellt sich da also erstens die Frage, ob es richtig, ethisch geboten, rechtlich zulässig und so weiter ist, derartige Faktoren einfließen zu lassen. Es stellt sich aber zweitens noch viel wichtiger die Frage, ob Informatik, IT, Algorithmen überhaupt in der Lage sein können, aus einem notwendigerweise immer ex post erfolgenden Analyse-Instrumentarium, also aus Daten gegebenen Dingen, Dingen, die schon vorhanden sind, auf etwas pro futuro, was sich erst entwickeln wird, schließen zu können. Es mag so sein, dass eine solche Schlussfolgerung regelmäßig mindestens problematisch ist, auch in Zeiten von Big Data und auch in Zeiten von Fuzzy Logic und so weiter. Rechtlich ist es nun so, dass wir mindestens seit den 80er Jahren, mindestens seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Volkszählungsurteil im Jahr 1983, als das Deutsche Bundesverfassungsgericht ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im deutschen Grundgesetz entdeckte, mindestens also seit dieser Zeit davon ausgehen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten die Würde des Menschen, Artikel 1 deutsches Grundgesetz oder Artikel 1 der EU-Grundrechtecharta berührt und dass es deswegen mit der Würde des Menschen nicht vereinbar sein mag, wenn derartige Entscheidungen ausschließlich algorithmisch getroffen werden, wenn also nur die Maschine entscheidet, ob jemand in eine dieser Kategorien fällt und in welche. Rechtlich eingefangen ist das insbesondere in Artikel 22 der Ihnen schon kurz vorgestellten Datenschutz-Grundverordnung. Da steht dieser Grundsatz drin. Es ist einer, der, ich wiederhole es, mindestens bis in die 80er Jahre hinweg rückführbar ist und der im Prinzip aussagt, dass jede Frau und jeder Mann nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen sein darf. Das führt in ihrem Alltag oder im Alltag des AMS dazu, dass der Arbeitsmarktberater oder die Arbeitsmarktberaterin eben nur ein Ampelzeichen angezeigt bekommt, ein Rot, Gelb oder Grün und dann die Jure noch entscheidet, ob sie in eine dieser drei Kategorien fallen. Es führt im Alltag auch dazu, dass sie, wenn sie versuchen, irgendwo beim Mediamarkt einen Handyvertrag abzuschließen, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die dort mit ihnen einen Vertrag verhandelt, verhandelt, auch noch de jure oder de facto entscheidet, ob sie einen solchen Vertrag kriegen. Aber das selbstverständlich tut auf Grundlage einer Bonitätsabfrage, die auf dem Bildschirm angezeigt wird und wo glasklar ein Rot, Gelb oder Grün dafür steht, ob sie einen solchen Handyvertrag abschließen dürfen oder nicht. Und wo dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dieses Unternehmens ein persönliches Risiko, eine Belastung, eine Unannehmlichkeit in Kauf nehmen müsste, wenn er oder sie entschiede, entgegen dieser Empfehlung zu operieren. Interessanterweise ist es nun freilich so, dass diese Bestimmung des Verbots der algorithmischen Entscheidungen nicht so nackt dasteht, wie sie auf den ersten Blick nackt dastehen scheint, weil sie wie so oft in der DSGVO durch einen Absatz 2 relativiert wird. Im Absatz 2 dieser Bestimmung, wir sind immer noch im Artikel 22 DSGVO, steht nämlich drinnen, dass dieses Verbot der automatisierten Entscheidung in drei Fällen nicht gelten soll. Erstens dann, wenn die automatisierte Entscheidung zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist. Zweitens dann, wenn es nationale Rechtsvorschriften gibt, die ausnahmsweise eine derartige Entscheidung zulassen und ausreichend garantieren, dass die Interessen des Betroffenen gewahrt werden. Und drittens, wenn es eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person gibt. In all diesen Fällen also, noch einmal, Vertragserfüllung, nationale Sondernorm, ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen, greift das Verbot der automatisierten Entscheidung nicht. Selbst wenn ich also im AMS an verantwortlicher Stelle von der Anwendbarkeit des Artikel 22 Absatz 1 ausginge, was das AMS nicht tut, weil es argumentiert, dass hier Menschen am Ende die Entscheidung treffen, könnte ich die Anwendbarkeit immer noch ausschließen, indem ich behauptete, ich benötige diese automatisierte Entscheidung auf Grundlage eines Vertrages, den ich erfüllen muss, oder indem ich behauptete, ich brauche nur, aber immerhin eine ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen oder der Betroffenen an dieser Stelle zur automatisierten Entscheidung zuzustimmen. Begeleidung des Betroffenen